So, herzlich willkommen zu einer anderen Warfun und zwar nach den schönen Runden mit dem T-34 dachte ich, ich zeige euch, wollte mal gucken, wie ist denn der Cobra King jetzt, der ist ja in 5-0 jetzt, was ich persönlich jetzt nicht so toll finde. Und wie man sieht, das ist auch ein 5-7er Match geworden, weil einfach 5-0er gibt es zu wenig, deswegen mit dem Top-Tier zu sein ist eher unwahrscheinlich, aber es ist eine ganz schöne Runde geworden, die wollte ich euch mal zeigen, also man kann auch noch Gutes mit dem haben, viel Spaß damit. So, wie ist das? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja und da, ich habe gar nicht versucht, die Raketen abzuschießen, weil man hat ja gesehen, da kommt was auf mich zu, da wollte ich lieber schnell in meinem Panzer wieder sein, deswegen habe ich da, bin ich da lieber schnell abgestürzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017